Alexa, bring mir doch bitte ein Bier. Ihr werdet mich jetzt endgültig für verloren erklären, aber das ist jetzt Realität. Amazon Astro, so heißt das neue Haustier mit Alexa-Steuerung. Es ist wirklich ein kleiner Roboter mit einem Tablet als Gesicht. Ja, in your face heißt er noch erstmal Display-Schaden. Es fährt durch eure Wohnung und reagiert auf verschiedene Befehle. Er kann euch auf Kommando folgen oder euch mit seinen Glubsch-Augen so tief in eure Seele schauen, dass ihr an eurer Existenz zweifelt. Der Roboter hat eine eingebaute Überwachungskamera, zum Beispiel um gewisse Einbrecher zu erkennen. Ja, und das vom Anfang war kein Witz. Der Roboter bringt tatsächlich auch Bier. Füttern muss man das Haustier natürlich mit Strom, aber es ist basically wie bei einem Saugroboter. Wenn der Akku leer geht, fährt er von selbst zum Laden und das sieht dann auch irgendwie immer ganz witzig aus. Erstmal gibt es Astro nur in limitierter Stückzahl und nur in den USA für umgerechnet 1250 Euro.